Guten Morgen, ihr Lieben. Nach fast fünf Wochen drehen wir den Spieß heute mal um. Ihr seht heute mal den Andreas auf dem Gerät. Guten Morgen, Andreas. Jawohl, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal, wie das von hinten aussieht. Oh, scheiße. Ob da auch schön die Schulterblätter zusammengezogen werden. Jawohl, bitte hier schön zusammenziehen. Sehr gut. Machen wir so richtig? Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Und mit der Atmung auch alles gut? Ausatmen. Sehr schön. Und da gehen noch ein paar Wiederholungen. Hier keine Müdigkeit vortäuschen. Ich habe schon zehn. Ja, 15 müssen mindestens. Auf geht's. Okay. Jawohl, sehr schön. Und jetzt im Umkehrschwung alles gut? Schön anhalten und raus. Kurz anhalten und raus. Sehr schön. So, und ihr seht, wir machen hier keinen Spaß. Auch nicht mit dem Andreas. Der muss auch von einer Übung zur nächsten wechseln. Wir machen kaum Pausen. Hier schön zusammendrücken. Das ist anstrengend. Ja, jetzt darf ich mal die Filmerin sein. Wenigstens einmal. Aber ich habe heute auch schon trainiert. Muss man eigentlich dabei schwitzen? Auf jeden Fall muss man schwitzen. Nur wenn man schwitzt, ist das wichtiges Training. Und hier bitte auch ohne Umkehrschwung. Schön anhalten, raus. Ausatmen beim Rausdrücken. Sehr schön. Das sieht gut aus. Bei welcher Wiederholung sind wir? Äh, ich glaube schon 14. Ja, ja, ja. Dann geh noch. Du siehst so locker noch aus, da geh noch welche. Auf geht's. So, und hier kann man sehen, auch Männer fahren auf dem Fahrradergometer. Andreas ist hier kräftig am Strampeln. Und jetzt schauen wir mal, was die Umdrehungen sind. Ja, ja, ja. Jawohl, 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 jawohl. Bitte bei 100 halten. Ich muss auch immer bei 80 halten. Du weißt aber schon, dass es brennt, ne? Das brennt. Es soll auch brennen in den Oberschenkeln, in der Gesäßmuskulatur, gerne überall brennen. Sehr schön. Jetzt bleiben wir mal so auf der Stufe. Muss ich noch was höher? Ja, wenn eine Minute rum ist, dann gehen wir noch eine Stufe höher. Das kriegst du hin. Okay. Auf geht's. Ich habe gehört, du hattest heute Morgen auch etwas mehr Leinöl als sonst. Okay, das heißt, ich muss auch mehr leisten. Du musst auch heute mal mehr leisten. Du weißt aber schon, dass es auch anstrengend ist, ne? Ja, das soll auch gerne anstrengend sein. Die Cardioeinheiten dazwischen sind sehr, sehr wichtig. So, wir gehen eine Stufe hoch. Noch eine? Jawohl. Oh Gott. Sehr gut. Und weiter schrampeln. Und wir machen das. 622 Kalorien pro Stunde. Genau, das sieht gut aus. Moment, dauert noch ein bisschen. Jawohl, sehr gut. Weiter so. Also die Seite mit Training ist nicht so meins. Ich bleibe lieber auf der Puzzle Trainer Seite. Aber hat Spaß gemacht. Und heute haben wir den vorletzten Tag, oder? Genau, ja. Morgen und Sonntag nochmal. Morgen und Sonntag nochmal. Und dann kommt bald der X. Genau, aber wir verraten noch nichts. Ne, wir verraten noch nichts. Seid gespannt. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao!